Also spazieren wir die Nordseite ab. Hier nochmal einen kleinen Blick auf mein Spielzahler. Das mal schwenke langsamer. Das geht ja gar nicht. Ull mal Kachel. Da findest du alles im Schrott. Das ist verrückt, wie die Leute, wenn ich dir ein neues zeige. Die kaufen nichts Salz von Oma in der Glasvitrine. Hier landet es. Absolut wertlos. Es wird bloß noch das gesammelt, was dir reichen passt. Also drehen wir die Runde. Jetzt schwenke ich schon wieder schnell. Mal Spielplatz. Jetzt müssen wir mal kurz die Tür aufmachen. So sehen wir heute aus. Alles klar. Hoppla. Verriegt. Also und tschüss. Hier haben wir ein Loch. Wir gehen das mal Nordseite. Schön gründlich ab. Gucken wir natürlich ein bisschen Objekte an. So steckt es schon nicht. Okay. Alles im Magen. Alles Baustelle. Aber es kommt. Jeden Tag. Lichter ziehen, wie sie die Front. Muss halt die Berge machen im Moment. Völlig ausgewachsen. Die Hirsche, die ich hier getan habe, die in Rhein gar nichts gemacht hat. Absolut nichts. Nur zuwachsen. Das gefällt mir. Das ist die Kohl-Generation. Dass ich auch keine Reihe sieht. Es soll sich was zählt. Weil ich auch keine Reihe klotzen kann. Ich will aber, dass ich reingehe. Ich bin scheiße noch mal. Ich bin Künstler. Ich habe mir was zu verschenken. Gell, Spatzle? Ist lieb. Und schön spritzen. Hier eine Alkogam-Sammlung. Ich habe mir auch mal angucken. Ich stehe jetzt still. Sonst funktioniert die Kamera heute. Ich bin so am Ende. Ich bin so beobachten. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Wir müssen uns aber nicht mehr rauskühlen. Ich bin so gut auf die Linie. Ich bin so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Extrem viel Vorsicht, ihr schwenkt, extrem viel Vorsicht, ihr seid, es lässt uns nichts davor, da haben wir auch zusammen geschaut, da hinten die Gnädige, hier, eine gute subjektivere, dann noch was er. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay.